Hey Kinderz, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Skin Giveaway. Heute gibt es unter anderem die Galila Air Chatterbox. Für einen von euch zu gewinnen, aber auch noch vier weitere Skins. Du musst nicht abonnieren, wenn du hier mitmachen möchtest. Du solltest aber das Video komplett sehen. Weil im Video erkläre ich, es ist ja zum Glück ein kurzes, wie man eben mitmachen kann. Ich wiederhole es nochmal, abonniert mich nicht wegen dem Giveaway. Ich habe keinen Bock auf inaktive Subs, die dann auch irgendwann gehen. Dann habe ich dann an einem Tag auf einmal 50 Leute verloren oder sowas, weil die nicht gewonnen haben. Dann gehen sie wieder. Abonniert nicht wegen diesem Giveaway. Ihr könnt als Nicht-Abonnent genauso gewinnen wie als Abonnent. Das hat keinen positiven Effekt. Abonniert bitte nur, wenn du dir sagst, der Content ist ganz gut. Ich habe mir was angeschaut, das sieht ganz gut aus, da kann man ein Abo dalassen. So ungefähr. Wenn du aktiv auch weiterhin schauen möchtest. Aber sonst nicht. Dankeschön. Wie gesagt, einer der fünf Skins ist die Galila Air Chatterbox. Hier seht ihr sie kurz. Echt ein edles Teil. Es wurde oft gefragt, ob ich den nicht mal raushauen kann und jetzt haue ich sie raus. Das ist die, die beim Schießen den Mund auch bewegt. Ziemlich geiles Teil. Ich weiß, ich weiß. Was du auf jeden Fall machen solltest, wenn du mitmachen willst, du solltest mir in die Kommentare schreiben, dass du mitmachst. Also einfach zu deinem Kommentar, den du vielleicht schon geschrieben hast. Einfach schreiben, ich mache übrigens mit oder so irgendwie, dass ich weiß, dass du überhaupt gewinnen willst. Es gibt Leute, die meine Videos aktiv schauen und nicht interessiert sind an Giveaways, die vielleicht auch CSGO gar nicht haben. Und ich kann nicht dann automatisch davon ausgehen, dass jeder, der kommentiert, mitmacht. Deswegen schreibt bitte extra dazu, dass ihr mitmacht. Ein weiterer Skin, den es gibt, ist die 5-7 Violent Damio. Bitteschön. Auch ein sehr schickes Teil. Naja, ich weiß, ich weiß. Ich mache bei den Giveaways zu diesem einen Skin, der praktisch der Aufreißer ist, immer noch ein paar dazu, dass es einfach Trostpreise noch gibt. Dass halt nicht nur eine gewinnt, sondern fünf verschiedene. Wie man bei der ganzen Sache teilnimmt, ist eigentlich recht einfach. Das Giveaway läuft zehn Tage. Also von heute an zehn Tage. In diesen zehn Tagen soll jeder von euch versuchen, so wie es einem passt und wie man Lust hat, auf diesem Kanal aktiv zu sein. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie rumspammen muss oder sowas. Das kann ich auch sehen, wenn jemand spammt. Und derjenige kann dann schon mal nichts gewinnen. Es muss wirklich ehrliche Aktivität sein. Das heißt, wenn du einfach irgendwelche Videos durchklickst und überall nice, 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 nice hinschreibst und die dann alle wieder schließt, dann hast du eine ganz, ganz geringe Zuschauerbindung und solche Leute können gar nicht gewinnen. Natürlich kannst du Videos aber einfach durchlaufen lassen. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Dann ist die Zuschauerbindung auch schon hoch und dann ist alles cool. Also wenn man mitmacht, dann sollte man schon ehrlich sein und sagen, so ich habe heute halt nur Zeit für ein Video oder für gar keins. Da gucke ich morgen rein, aber das schaue ich mir dann auch an. Und nicht jeden Tag schnell die Sachen durchhasseln. Macht es so, wie es euch passt, aber bescheißt euch nicht selbst, weil da könnt ihr nicht gewinnen. Seid einfach so aktiv, wie es eben geht. Die nächste Waffe ist übrigens eine Max-7 und zwar die Cobalt Core. Bitte schön. Eigentlich muss ich ja so hin, ne? Bitte schön. In 10 plus minus 1 oder 2 Tagen werden dann die Gewinner bekannt gegeben in einem Video. Das wird ein ganz normales CSGO-Video sein. Da wird nicht im Titel stehen, hier sind die Gewinner, sondern sie werden einfach in diesem Video genannt. Beiläufig. Man merkt, dass der Skin-Gaia-Schutz ziemlich on point ist. Es können eigentlich nur Leute gewinnen, die wirklich an dem Kanal und an der Community interessiert sind. Und das liegt ganz einfach daran, weil ich alle meine Skins, die man hier jetzt halt so sieht, geschenkt bekomme. Ich bekomme sie alle von meiner Community geschenkt, um sie weiter zu schenken. An Leute, die sie gerne hätten, brauchen, sich wünschen, wie auch immer. Darum diese Sicherheitsvorkehrung. Es gibt bei mir übrigens neben diesem Giveaway noch dreimal die Woche Giveaways und zwar in meinen Livestreams. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. In diesen Streams gibt es immer Giveaways für alle, das heißt für jeden, der gerade da ist, der mitmachen möchte. Und es gibt noch zusätzlich Sub-Giveaways, also sprich für Leute, die mich auf Twitch subscribed haben. Die Sub-Giveaways sind meistens recht große Giveaways, also Knives und so weiter, eigentlich Only Redskins, weil es eben... Ja, die Subscriber bezahlen ja für dieses Abonnement, sie zahlen 5 Dollar im Monat. Und dass es eben für diese tolle Unterstützung, die sie mir da geliefern, kriegen sie natürlich dann auch was Tolles. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr in den Streams vorbeischaut. Ist aber auch kein Muss. Seid so aktiv, wie es eben für jede Einzelne von euch möglich ist. Und wenn man nur einmal die Woche ein Video gucken kann, dann kann man halt nur einmal die Woche ein Video gucken. Schluss aus. Das wäre es eigentlich soweit gewesen, ja. Achso, und was sehr, sehr oft bei den Giveaways gefragt wird, wenn man auf meine Steam-Freundesliste möchte, dann muss man in der Steam-Gruppe sein, die ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. In der Videobeschreibung findet ihr generell alle Informationen, alle Antworten auf die Fragen, die euch vielleicht jetzt schon gerade auf der Seele brennen. Wann sind die Livestreams, weil ihr es schon wieder vergessen habt, wie heißt die Steam-Gruppe, was für einen Computer hast du, blablabla, ist alles in der Videobeschreibung. Schaut mal rein. Und jetzt zum Ende natürlich wie immer noch ein kleines Schmankerl. Alle, die jetzt noch da sind, schreiben einfach mitten in ihren Kommentar ein Smiley. Irgendwo, wo er gar nicht hinpasst. Also hinter einem Wort, wo es eigentlich direkt weitergeht mit anderen Worten. Macht ihr einfach irgendeinen Smiley. Kann auch ein Emote-Smiley sein, oder ihr wisst schon, diese richtig animierten. Dann weiß schon mal jeder, der über die Kommentare geht, wer wirklich bis zum Ende geguckt hat und wer nicht. Und dann können wir zusammen die anderen auslachen, die nur sowas schreiben wie, ich mach beim Giveaway mit, juhu, ich verfolge dich schon seit 40 Jahren. So geil und kein Smiley im Ding haben. Ja, 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 ja. Müsst ihr Bescheid. Läuft, läuft. Achso, die beiden anderen Skins. Wow. Einmal noch die P2000 Oceanic und eine SG553 Areal. Fast vergessen zu sagen, what the fuck. Also, fünf. Boom, 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 boom. Gott, hab ich eine schöne Schrift. Wir sind für euch am Schlüssel. Es gibt fünf Gewinner. Haut rein. . Untertitelung des ZDF, 2020